Ich bin die Arjan, ich wohne in Zürich, in der Schweiz und ich bin Seidolog. Eine grosse Veränderung, die es in Dolcey gemacht hat, ist, dass ich nicht mehr ängstlich bin und nicht mehr schüchtern, sondern ich kann jetzt wirklich auf Leute zugehen und bin gerne mit Leuten zusammen und rede auch gerne mit Leuten. Ich sehe, dass es etwas ist, das funktioniert und mich besser macht. Ich kann einfach herausgreifen, ich kann mich selber sein, ich kann leben, wie ich leben will und nicht, wie es mir vorgeschrieben wird. Ich bin mich selber, ich bin frei und das ist das, was mir wirklich sehr gefällt. Ich bin die Arjan, ich bin ein Sendologe.